Hallo, ich heiße Nadia Purcher und bin ein professioneller Snowboarder. Costa Rica, ja, im Wort, Pura Vida. Eine Sprache zu lernen, wo sie geredet wird, finde ich am sinnvollsten, denn man kann sie so einfach am schnellsten lernen. Eine typische Schulstunde ist sehr vielfältig. Es ist dann oft so, dass man dann wirklich am Spanisch lernen ist, aber man merkt es dann fast nicht, weil es einfach mega Spass macht. Die Aktivitäten, die wir dort noch machen konnten, das war einfach gewaltig. Das Land hat so viel zu bieten. Es ist wirklich eine Sprachreise, eine Art von Ferien, die man auch machen kann, mit denen man etwas für den Kopf auch noch tut.